Level 58, sicher, vom Menschen gesichert, minimale Antizitätenanzahl. Level 58 ist ein trockener, verlassener Indoor-Wasserpark mit tausenden von Bäumen, die in vielen zufälligen Gebieten sprießen. Diese Bäume sind sehr tropisch und können mit typischen Palmen im Äquator verglichen werden. Es gibt eine Vielzahl von Werkzeugen, die verwendet werden, um diese Bäume zu ernten. Darunter Äxte, Entsafter, Röster und Messer. Der Standort, der auf diesem Level wohnt, nutzt diese Werkzeuge, um diese mysteriösen Früchte zu essen und zu entsaften. Der Verzehr einer entsaftigen oder gerösteten Frucht hat ja Auswirkungen, die sehr vergleichbar mit Mandelwasser sind. Basiert auf den vielen Flaschen in der Gegend kann davon ausgegangen werden, dass es eine Korralisation zwischen diesen beiden Leveln und Mandelwasser gibt. Es ist jedoch nicht bekannt, wie das Wasser über diese Level verteilt wird. Der Wasserpark selbst ist extrem verrostet und alt, als ob er länger als viele andere Levels vorhanden sind. Dies ist jedoch unmöglich zu beweisen. Ein Großteil des Parks ist dysfunktional, obwohl die Rutsche trotz ihres extremen Rostes und ihren Undichten in Ordnung ist. Das Gleiten dieser Rutsche führt zu Level 58.1. Eine extrem bizzare dunkle Seite. Basen aus dem Posten. Der Stamm von Level 58. Der Stamm von Level 58 ist ein primitiver Stamm von Neandertalern, die das Level bewohnen. Sie verlassen sich häufig auf die fruchttragenden Bäume, die Nahrung, Wasser und Holz als Unterschlupf. Sie sind in der Regel freundlich zu Außenstehenden, es sei denn, sie werden provoziert oder als bedrohlich angesehen. Sie hat empfohlen, sich langsam zu nähern, um sie nicht zu erschrecken. In den Fällen, in denen sie sich bedroht fühlten, schwemmt der Stamm die Regel und schlägt seinen Gegner zu Tode und frisst ihn dann bald auch noch auf. Eingänge. Das Level kann über das Betreten eines Pools mit klarem Wasser auf Level 66 erreicht werden. Diese Methode wird nicht empfohlen, da sie nicht nachweislich zu 100% funktioniert. Das Level kann durch Schieben einer nicht funktionierenden Wasserrutsche verlassen werden. Diese Folien führen alle zu Level 43. Die Verwendung der Funktionierenden führt zu Level 58.1.